Wahrscheinlich hat das Betriebssystem von Windows schon so manchem Anwender den Schlaf geraubt. Nummer 1. Einstieg ins Smartphone-Geschäft. Komplett missglückt. Und sagen wir mal so ganz ehrlich, so richtig cool ist Microsoft nicht. Aber Microsoft ist extrem erfolgreich. Das zweitgrößte Unternehmen auf diesem Planeten. Und genau deshalb müssen wir uns diese geheime Superaktie heute mal etwas näher anschauen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, zuerst mal eine kleine Entschuldigung für die etwas eingeschränkten Lichtverhältnisse. Ihr seid Besseres mittlerweile gewohnt. Aber ich bin aktuell noch mit einigen Freunden auf Mallorca. Ganz konkret stehe ich momentan in der Küche der Finca. Der Finca, die anderen Herren sitzen nämlich im Wohnzimmer und Esszimmer und haben ihren Spaß. Und dann habe ich gesagt, ich muss ein Video drehen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann geh doch in die Küche. Also, dann mache ich das eben hier aus der Küche. Ist ja gar kein Problem. Wir sprechen heute über Microsoft. Und wahrscheinlich geht es all denjenigen, die keinen Apple-Rechner haben, so ähnlich wie mir. Im Laufe der Jahre hat man sich mehr als einmal über Windows geärgert. Und Windows wurde auch schon einige Male totgesagt. Ich kann mich erinnern, in den 90ern, ja im Prinzip in allen Jahrzehnten hieß es, das wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Es hieß insbesondere in sehr, sehr vielen Studien, dass der PC, also der Personal Computer, nur noch eine begrenzte Lebensdauer haben würde. Das ist nicht der Fall. Es kann durchaus sein, dass sich die Oberfläche geändert hat. Also, vielleicht sind es nicht mehr PCs, sondern Laptops. Aber Windows verkauft sich immer noch. Und es verkauft sich sehr, sehr gut. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist auch, ich weiß, die Apple-User sind relativ überzeugt von dem, was Apple dort so auf den Markt bringt. Und auch mit Recht. Ja, es ist stabiler in der Praxis. Nicht umsonst benutzen viele professionelle Grafikdesigner beispielsweise und all das, was immer dann, wenn viel gestaltet wird, dann ist Apple die Nummer 1. Aber ist eben auch deutlich, deutlich teurer. Wir wollen in diesem Video auch überhaupt nicht zu sehr vergleichen zwischen Apple, die extrem margenstark sind, aber auch etwas abhängiger davon, dass sie neue Produkte auf den Markt bringen. Sie leben sehr, sehr schön und sehr gut und vermutlich auch in der Zukunft noch weiter davon, dass die Apple-User sehr treu sind. Ja, wir haben Microsoft auf der anderen Seite, in der Preisklasse etwas drunter, aber auch sehr gute Margen. Warren Buffett ist ganz groß bei Apple drin, weniger groß bei Microsoft, obwohl man sagen müsste, Microsoft als Unternehmen sollte etwas sein, was Warren Buffett auch gefällt. Er hat auch nichts Gegenteiliges gesagt. Denn die Standbeine, auf denen Microsoft seinen Erfolg derzeit genießt, die sind zahlreicher als bei Apple. Wir haben also immer noch Windows. Wir haben mittlerweile auch im PC-Markt und im Laptop-Markt viele Produkte, die sehr, sehr gute Testergebnisse bekommen. Es soll ein neues Smartphone geben von Microsoft. Der Einstieg, der letzte Einstieg hat nicht wirklich gut funktioniert. Und dann haben wir einen Bereich, der wirklich dafür sorgt, dass die Aktie seit Jahren fliegt, nämlich Azure. Das ist der Cloud-Dienst von Microsoft. Es gibt auf diesem Planeten eigentlich nur drei große Cloud-Anbieter. Die Nummer eins ist AWS, Amazon Web Services. Das ist im Übrigen auch der wesentliche Grund, warum die Amazon-Aktie in den letzten Jahren ihren Aktionären so viel Freude bereitet hat. Dann haben wir mittlerweile die Nummer zwei, das ist Microsoft. Und dann haben wir noch Google. Der gesamte Rest läuft unter ferner Liefen. Und Cloud-Computing hat wahnsinnige Zuwachsraten. Das heißt also, es gab zuletzt einen Zuwachs von knapp über 50%. Und das war schon etwas unter dem, was Analysten vorher erwartet hatten. So, Analysten ist ein gutes Stichwort. Ich möchte mit euch darauf schauen, nach den letzten Quartalszahlen, was haben die Analysten jetzt zu sagen. Los geht's, wir schauen das direkt am Bildschirm. So, dann gehen wir mal hier im Schnelldurchlauf durch die Einschätzungen der Analysten und beginnen mit der größten amerikanischen Bank, JP Morgan. Die hat ihr Rating von Übergewichten mit einem Kursziel von 169 Dollar so belassen, wie es auch vorher war. Der Softwarekonzern habe solide abgeschnitten und die Markterwartungen übertroffen. Zudem verweist Analyst Mark Murphy auf das hohe Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Zu einem ähnlichen Ziel kommt Goldman Sachs. Die heben das Ziel von 151 auf 161 Dollar an, mit der Begründung, dass es einen starken Auftakt ins laufende Geschäftsjahr gegeben habe. Die Gewinnprognosen sind dementsprechend erhöht worden. Auch die Deutsche Bank sieht die Zukunft für Microsoft sehr positiv. Hier wird nochmal extra erwähnt, dass das Pentagon, also das US-Verteidigungsministerium, einen Großauftrag vergeben hat. Das hat natürlich auch etwas mit Prestige zu tun, welches Microsoft dadurch zusätzlich erhält. Ebenfalls ein Kursziel von 160 Dollar. Da ist man sich also relativ einig. Und hier steht es ganz explizit, der Auftrag im Cloud-Bereich sei ein klarer Sieg gegen die Web-Services von Amazon. Die 1 und 2 stehen natürlich in Konkurrenz zueinander. Wobei, aktuell ist Amazon Web-Services immer noch die Nummer 1, wenn man sich den gesamten Umfang des Cloud-Computing anschaut. Bernstein Research hat die Einstufungen ebenfalls nach dem Großauftrag auf Outperform mit einem Kursziel von 167 Dollar belassen. Langfristig könne sich dieser für den Software-Entwickler auszahlen. Das hofft man bei einem Großauftrag, ja. Er könne den Kunden signalisieren, dass Microsoft mit der Cloud-Computing-Plattform Azure auf Augenhöhe mit dem Konkurrenten Amazon agiere. Und dann schauen wir darauf, was das britische Investmenthaus Barclays dazu sagt. Auch hier eine Anhebung des Kursziels. Man ist sich hier bezüglich der Kursziele ziemlich einig. Auch hier geht es knapp über bzw. knapp unter 170 US-Dollar, also 168 Dollar. Seine Bewertungen für Unternehmen aus dem US-Software-Sektor basieren nun auf dem Kalenderjahr 2021. Er blickt also in die Zukunft. Gleichwohl seien sie nicht günstig genug für einen neuen Drang in diesem Sektor. Anleger dürften weiterhin selektiv vorgehen. Ja, wenig Überraschung. So, das war es hier für diesen Teil. Soweit also zu dem, was die Analysten zu sagen haben durch die Bank Positiv. Schauen wir mal, ob die Aktie bzw. der Kurs der Aktie das widerspiegelt. Auch das schauen wir direkt auf dem Bildschirm. So, das hier ist die Microsoft-Aktie im Verlauf der letzten 10 Jahre in einem Wochenintervall. Und wenn man sich diesen Anstieg hier anschaut, der letztendlich den positiven Geschäftsverlauf einfach widerspiegelt, dann gibt es da überhaupt nichts Negatives rein zu interpretieren. Wer also investiert ist, der kann sich immer mal überlegen, ob er vielleicht unter die letzten Zwischentiefs, entweder hier bei 130 Dollar oder vielleicht hier bei 120 Dollar, immer mal einen Stopp nachzieht, gerade wenn es sich um eine Trading-Position handelt. Bei langfristigen Investments halte ich relativ wenig von Stops. Das Einzige, was man vielleicht zumindest mal mit auf den Weg geben würde, ist, Achtung, wer neue Positionen aufbauen möchte, der kann durchaus darüber nachdenken, dafür Korrekturen zu nutzen. Und wenn man sich den Chartverlauf ansieht, und deswegen habe ich hier mal so Trendlinien angedeutet, dann sieht man schon, dass der Chart immer steiler wird. Also die letzten Jahre waren insbesondere für Technologiewerte, ja auch für den Nasdaq-Index ziemlich positiv. Microsoft ist jetzt mit praktisch allen großen Indizes vertreten. Aber man sieht eben, das war eine beliebte Aktie. Man sieht, der Kurs ist nicht überhitzt, aber wir sind natürlich von größeren Korrekturen aktuell noch ein ganzes Stück entfernt. Wir werden gleich noch darauf eingehen, wann sich eine größere Korrektur anschließen sollte oder könnte. Aber erstmal, der Chart wird steiler. Was aus meiner Sicht gerade bei langfristiger Betrachtung ganz, ganz wichtig ist, um ein Urteil darüber abgeben zu können. Okay, ist das ein steiler, ein dynamischer Trend oder gehen wir schon in den Bereich Fahnenstange? Dann sollte man immer mal die Einstellung wechseln. Das hier ist eine lineare Einstellung. Die ist standardmäßig bei praktisch jedem Software-Tool voreingestellt. Aber man kann, je langfristiger, desto logarithmischer, so würde ich es mal sagen. Das heißt also, wenn wir uns das Ganze logarithmisch anschauen, dann seht ihr, das wird schon weitaus weniger steil. Und wer sich diesen Chart anschaut, der hat angesichts dieses Trendverhaltens eigentlich keine großen Kopfschmerzen. Also logarithmische Einstellungen aus meiner Sicht für langfristige Betrachtung, wenn wir über mehrere Jahre hinweg gehen, ab 10 Jahre sowieso durchaus sinnvoll. So, wir gehen aber jetzt noch einmal für die kurzfristige Einschätzung zurück auf den linearen Chart, wenn das hier klappt. So, ich bin mal eben rübergesprungen in den Tageschart. Und hier lässt sich eine Unterstützung ganz gut einzeichnen, nämlich etwa hier bei 133 Dollar. Das heißt also, solange diese 133 Dollar halten, wenn es etwas großzügiger machen würde, würde man hier dieses Tief noch, das passt sehr schön mit dem Hoch aus dem April zusammenlegen. Dann könnte man sagen, solange diese Unterstützungszone zwischen 133 und 130 Dollar, solange die hält, solange sind das alles mehr oder weniger ungefährliche Korrekturen. Wenn diese Unterstützungszone unterschritten wird, insbesondere nachdem der Markt sich ja über viele, viele Monate hier direkt darüber aufgehalten hat, mit den Zahlen kam es dann zum Breakout, dann könnte man davon ausgehen, dass es eine etwas tiefer gehende Korrektur in Richtung 120 oder sogar 113 US-Dollar gibt. Und wenn wir uns das unter Berücksichtigung des langfristigen Trends anschauen, da müsste man sagen, ja, bei einer großen Korrektur, ja, damit ein so hochgewichteter Wert in einem Index, damit der dann auch wirklich einbricht, ja, es muss entweder unternehmensspezifisch sehr negative Nachrichten geben, die kämen jetzt bei Microsoft wahrlich überraschend, oder eben der Gesamtmarkt bricht ein. Und dann müsste man sagen, hier, ja, so in dieser Zone zwischen 113 und 120 US-Dollar befände sich ein geeigneter Kaufzeitpunkt, beziehungsweise eine geeignete Kaufmarke. Aber dazu muss es nicht kommen und das muss man auch ganz klar sagen, wenn Microsoft halt in den nächsten Wochen und Monaten weiter steigt in Richtung der Kursziele der Analysten, in Richtung 160, 170 US-Dollar, ja, dann wird die nächste Konsolidierung vermutlich schon so im Bereich 130 Dollar halten. Das hat ein langfristiger Aufwärtstrend so an sich. Kurzfristig, wenn ich das jetzt aus Sicht eines Traders betrachte und es mir jetzt nicht so sehr darum geht, welche Aktie ich handele, dann muss ich sagen, jawohl, ich bin gerade im ausländischen WLAN, dann muss ich sagen, die Aktie finde ich jetzt so schrecklich nicht interessant nicht. Also für einen Buy-and-Holt-Anleger, klar, für den, was will man mehr außer Kursgewinne und zusätzlich noch Dividenden und das Ganze relativ stetig, das passt durchaus, das passt auch für einen mittelfristigen Swing-Trader, aber für jemanden, der sagt, ich nehme auch gern mal 5 bis 10 Prozent in einer Woche mit, ja, da gibt es wahrlich dann interessantere Werte. Aber das ist auch schon der einzige Makel, den man hier bei der Microsoft-Aktie anlasten könnte, dass sie nicht so schrecklich volatil ist. Genau das, was eben derjenige, der langfristig investiert ist, mag, ist für denjenigen, der kurzfristiger unterwegs ist, nicht so schrecklich interessant. So, es sieht also positiv aus, die Chart-Technik spricht nicht gegen das weitere Halten der Aktie. Ja, für Neukäufe, habe ich gerade gesagt, würde ich lieber kleinere Korrekturen abwarten und wer da ganz konkret Hinweise haben möchte, beispielsweise könnten es ja Quartalszahlen sein, dann im nächsten Jahr wieder die dafür sorgen, dass die Aktie mal kurzzeitig unter Druck gerät. Ja, es geht ja da um Nuancen. In dem Moment, wo dann der Gewinn 2, 3 Cent schwächer ausfällt, dann gibt es gleich häufig Abschläge von 5, 7, 8 Prozent und sowas können natürlich dann Kaufgelegenheiten darstellen. Und auf solche Kaufgelegenheiten, auch auf plötzliche Warnungen und, 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 gehe ich mittlerweile sehr gerne ein und zwar auf Instagram. Ja, ich habe es hier schon gesagt, Instagram ist aus meiner Sicht praktisch die perfekte Ergänzung zu diesen Videos, weil es so schnell geht. Ein Video aus der Küche geht zwar auch schnell, aber das Video muss geschnitten werden, es muss hochgeladen werden und, und, und. Auf Instagram ist das alles sehr viel aktueller. Unter diesem Video findet ihr in der Beschreibung den Weg zu Instagram. Und ich kann nur sagen, seit ich das, ja, wie viele Wochen sind es jetzt? 4, 5, 6 Wochen? Über 5000 Follower habe ich dort jetzt und dass die dort sind und dass die auch dort bleiben, liegt daran, denke ich, dass sie den Eindruck haben, jawohl, wir können mit diesen zusätzlichen Informationen was anfangen. Also, einfach mal ausprobieren. Das war es für heute aus der Küche in der Nähe von Arta, Mallorca. Ich hoffe, es geht euch gut in der Heimat und ganz liebe Grüße von mir. Macht's gut, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!